1, 2, 3, 3,atchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatch hatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatchatch Was zur Hölle? Kann es sein? Ich sehe dich. Nein! Nein! So. Ich müsste eigentlich mal auf Toilette, aber ich komm gerade nicht. Frag doch der Bäuerin, vielleicht hilft sie dir. Ich schneide dich raus. Oh, der Knusperhechse. So, dann sage ich mal... Nein! Ja! Knusperhechse! Trinke Fanta! Sei Bambutsche! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schön, dass ihr da seid. Und ja, werden wir mal das Feld hier abmähen. Und ich werde mal testen, wie mein Mikrofon hier ist. Ich habe nämlich langsam die Schnauze voll mit so einer Scheiß-Dreck-Mistfeed-Ding hier. Ja, das... Ich... Nein! Ja, halli, hallo, hallole. Ihr habt es leider nicht mit den Ohren. Ach Mensch, jetzt bock ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin ein Bauer und hab's mit der Bäuerin getrieeeeeeeeeeeeeeeben. Haha. Ja, halli, hallo, hallole. Ja, wenn ihr mich ein bisschen dumpfer hört, dann seid ihr genau richtig. Ja. Ohhhh, zum dritten Mal. Ja. Herzlichen Glückwunsch! Ja, wir haben jetzt drei Versuche gebraucht, um überhaupt dieses Port jetzt mal zu starten. Und ja, damit Sagen wir Hallo Und nebenbei Sagen wir auch ein Tschüss Diese Map wird nämlich Ab diesem Moment Das letzte Mal sein Weil wir Weiterziehen wie kleine Bauern In der Brunstzeit Werden wir neu Basti fangt neu an Lasst mich in Ruhe Ich hab euch nichts getan Verschont mich Ich bin noch krank Ich bin ein Bauer, holt mich hier raus Ich muss mich aber trotzdem beschweren Über die Scheiße hier Minus 31.000 Euro Und ich kann noch manchmal aus der 4 Ein Gas, ey So, du kannst wieder aufnehmen Ich ne Märchen auf Ich rick Märchen auf Mein Gott Ja, kauft sich Brötchen Und wir werden's abgezogen Ich war froh, dass ich wenn ich noch 5.000 habe Jetzt hab ich noch nicht einmal die 5.000 Jetzt hab ich Minus 31.000 Ja, die Bäuerin wird mir Eens über den Löffel ziehen Ich bin verwirrt Ach, es kommt schon wieder Die bestimmten Tage Wo nichts geht Liegt an der Bäuerin Sendung Mit den Besoffenen Den Der gerade auf der Seite liegt Ich bin nicht betrunken Ja Ich stehe gerade So da und mein Hänger guckt in Himmel Mach das Brett doch mal zu Einer Ja, geht doch Ich brauch echt einen Hund Ja, herzlich willkommen hier zum Landwirtschaftssimulader Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mein Headset hat's mit meiner Frau getrieben Äh, 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 ja Ja, hi Herzlich willkommen hier zum Flight Simulator X Ach, meine, ich kann nicht mehr Ein lübiger Restaurant wieder aufgepimpt Die K-Profis? Ja Die haben ein lübiger Restaurant aufgepimpt Und? Ist es immer noch gepimpt? Keine Ahnung, war noch nie da drinne Entsafte mich Ja Ich glaub, der Kost ist jetzt auch voll Gut, dass wir das auch mal geklärt haben Ja Also ich kann nicht Ja, warte Da musst du dich leider selbst entsaften Ich weiß es nicht Einen Beilen äh blablabla Ne, jetzt hängt mir so ne Wurstchetten raus Und ich kann sie nicht raushauen Warum fährt das Ding hier bloß 10? Was ist denn hier für ein Ding gekauft? Mann Ey, da bin ich doch schneller gelaufen Guck doch mal auf die Karte Das geht doch nicht Und außerdem fährst du in die falsche Richtung Ja, ich kann mir, ich konnte mir eben nur Hätt ich mir auch das Teuerste kaufen können Dumpermissio, ey Peterie Was? Diese LKW fährt so wie deine Bauerin aussieht Oh, das war böse Das war böse Das ging mitten ins Herz Oh ja Ja Werden uns dann irgendwie in eine neue Map stürzen Okay, ja Cut, cut, cut Nein Wie war denn, wie war denn Scheiße Die ganze Aufnahme kaputt Bei mir läuft das noch, ne? Nur so nebenbei Ja, ja, ich weiß Ja, 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 ja Scheiße, jetzt hab ich den Warten verloren Der sieht ein bisschen komisch aus Wir müssen irgendwie anfangen Ja, irgendwie was Schnitt Schnitt Gut, aufhören Holt mich hier raus Ich bin ein Star Nein Holt mich hier raus Ich bin ein Bauer Holt mich hier vom Zaun Holt mich hier raus Holt mich hier raus Kann das sein, dass du die Verkehrten Erntter gekauft hast? Äh, eigentlich nicht, ne Außer ich gucke mal kurz Der ist für Kartoffeln Jetzt seh ich das auch Ich hab dir einen Kartoffelerntter gekauft Und du stehst auf dem Hübenfeld Ja, du hast den ja auch dahingestellt Und du wunderst dich, warum der nicht läuft Ja, ich muss doch nebenbei Gras ernten Oder denkst du, meine Kühe fressen Menschen Ja So viel wie die scheißen, glaub ich das So, jetzt hab ich den Warten verloren Wegen dir, danke Steck da mal das Rohr da richtig drauf Bei mir kommt nix Ich komm nicht Ich bin decentral Ja, ich würde mich